Gerade bei älteren Fahrzeugen bilden sich schnell Wollknötchen im Stoff. Das sieht richtig hässlich aus. Wie du sie schnell beseitigst, zeige ich dir jetzt. Ich bin jetzt hier gerade schon dabei, diese Pillingknötchen zu beseitigen und mehr ist es tatsächlich auch nicht. Lederschleifpad, einfach ein bisschen über den Stoff schleifen, ohne Druck, dass sie wirklich nur diese Knötchen abschleift. Wenn ihr mal vergleicht, wie es hier vorher aussah und wie es jetzt nach zehn Sekunden aussieht, haben wir da ein enorm schnelles Ergebnis. Es tut dem Stoff überhaupt nichts und ihr kriegt das Pilling weg. Ganz einfache Methode, geht noch schneller als mit dem Rasierer oder so. Völlig risikolos. Kurzes Video, viel Effekt würde ich sagen. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen weiter und dann sehen wir uns später noch zur Abmolration. Wie du gesehen hast, wahnsinnig schnelle Methode. Es ist noch hier und da das eine oder andere Knötchen sind übrig. Jetzt kann man punktuell noch mal mit dem Rasierer rübergehen. Das haben wir euch ja in einem anderen Video schon mal gezeigt und hat ein perfektes Ergebnis und spart sich die Zeit, das alles rasieren zu müssen. Es geht wirklich viel, viel schneller, aber gerade hier auf den schwarzen Teilen sieht es wirklich top aus. Wie gesagt, hier beim roten, dadurch, dass da schwarze Fäden mit verwoben sind, sieht man natürlich die schwarzen Knötchen noch ein bisschen mehr. Da geht man noch mal mit dem Rasierer rüber und dann haben wir das perfekte Ergebnis in ganz kurzer Zeit. Das war es mit diesem Quick-Tipp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Au rei.